Gut, na klar. Toll, danke. Die riegeln jetzt das Museum ab. Je weniger die Presse davon erfährt, desto besser. Glaub mir. Irgendwelche neuen Objekte? Nichts, in dem ich wohnen würde. Weißt du, uns geht langsam die Zeit aus, Bornstein. Bindungstermin ist in sechs Wochen. Wir müssen ein Haus finden. Naja, es gibt eine einfache Lösung. Nein, also ich brauche meine Männerhöhle. Dann brauche ich eine Anthropologenhöhle. Gut, wir brauchen also eine Männerhöhle, eine Frauenhöhle und ein perfektes Kinderzimmer und 2500 Quadratmeter lang. Kein Wunder, dass wir kein Haus finden. Oh, ja, das stimmt. Wow. Wow, was? Alles in Ordnung? Sie hat nur getreten. Und sie ist sehr stark. Gut, gehen wir die Inservate weiter durch. Das mache ich doch. Ich will nur, dass wir nichts übersehen. Ich glaube, der Vatikan wusste über die Ermordung Lincolns Bescheid. Wir haben Lincoln doch gehasst, seit er den ehemaligen Priester gegen den Bischof von Chicago verteidigt hatte. Na klar doch. Das ist menschliches Blut. Ja? Denken Sie, es kam von ihm? Das wird uns der Serologe sagen. Hey, ich sag doch nur, dass John Wiggins Booth ganz sicher ein Mitglied des Geheimbundes der Knights of the Golden Circle war. Und die standen rum sehr nah. Also gut, ein kleiner freundschaftlicher Ratschlag. Erwähnen Sie Booth gegenüber Booth nicht. Sie sind verwandt und er erschießt sie. Was haben wir hier? Hi. 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 Der Mörder hat eine Nachricht in Blut hinterlassen. Wo ist der Rest von mir? Nun, ich nehme an, der Rest bezieht sich auf die Überreste, denn Nick scheint intakt zu sein. Haben wir schon einen Todeszeitpunkt heute, Jens? Ja, wenn man von den schmeißfliegen Eiern in den Augenhöhlen ausgeht, würde ich sagen, vor etwa zwei Tagen. Diese Wirbelsäule ist wirklich äußerst seltsam. Wie seltsam? Die mit den Gelenken verbundenen Wirbel scheinen alle von derselben Wirbelsäule zu stammen, aber sie sind in der falschen Reihenfolge. Was? Der Mörder hat die Wirbelsäule rausgelöst und die Wirbel voneinander getrennt? Ist das so schwierig? Es bedeutet, es wurden alle innerhalb eines Segments gelegenen Bänder abgetrennt, außerdem die vorderen und hinteren Längsbänder und das Überdorn-Fortsatzband. Ganz zu schweigen, davon sie wieder zu befestigen. Verstehe, das ist schwierig. Auf jeden Fall. Wie es scheint, hat der Mörder die Wirbel absichtlich in falscher Reihenfolge wieder zusammengefügt. Er will uns eine Nachricht schicken.